So und willkommen zu einer weiteren Runde CodeCombat und ich habe mich jetzt dafür entschieden, wir machen Web-Development als erstes, das sind 13 Level und danach gehen wir weiter zu Game-Development, dann zu dem Backwoods-Wald und so weiter und ja, dann fangen wir mal an. Das erste Level, Humble Beginnings, also Basic HTML, fangen wir ganz leicht an, Start Level, Edit Me, ja, welcome to CodeCombat Web-Development, you will learn the basics of development, eh, blue lines are comments, read them for help, write anything below to change the web page, also ich, write mine. Ja, hello world. Ja, fertig. War sehr schwer. Okay, also, breaking news. Also, drei oder mehr BR-Tags. Break-Tags. Ja, einfach einfügen hier. Und hier auch. So, damit haben wir drei Stück. Oder mehr. Also, ich... Hello... 2N. Hello world. Again. Break. Ausführen. Unfallsch. Okay, ich soll es... Ich soll es... Na, Zeit. Unvollständig. Weiter. Rüdo gemacht. Ja. Ja, okay, wahrscheinlich wollte es nicht, dass wir am Schluss nochmal ein BR-Tag haben. Und, ja, fertig. Okay, in dem Sinn nicht halt schwer, aber es war ja... Ja, okay. Weiter. So, was haben wir hier? Learn a better way of grouping content using paragraphs. Hier, P-Tag. Okay. Also, hier drum sollt man ein P-Tag machen. So. Und... Okay, fertig. Also, ich glaube, wir sind recht schnell aus diesem Level raus wieder. Außer es wird noch viel schwerer. Werden wir ja mal sehen. So. Headliner. Label content using head-attacks so everyone knows what is to follow. Okay, es geht um Überschriften. Also, H1, H2, H3, 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 change this line to anything yeah okay the web has more than just text add images hey change this this is possible to add images webpages you will need to know the URL of the image gallery for ok image gallery image take it ah so is not true the first one we will change the image gallery for the next one the first one we will change the image gallery for the next one Learn how to group informations on websites with wonderful dividing powers. Okay. Es geht um divs. Second div. Give the second blog post a... Und give the second blog post a... Okay. Das wird mal hinbekommen. So, einmal ein div. Das sollten wir am Ende auch wieder schließen. Dann brauchen wir zwei. Hello. Ähm, auch wieder schließen natürlich. Und... Ähm... Ein p-tick. Und, äh... Ein bisschen Text. Damit sollten wir fertig sein. Okay. Und wir haben ein neues Level erreicht. So... Organized list elements effectively without using breaks. Tut mir leid für mein English. The ul tag is for unordered lists. The le tag is for list items inside lists like the... Okay. Also ganz normal. Okay. Ähm... Eine Liste. Und... Dann brauchen wir... Elk. Das sollten wir am Schluss auch wieder schließen. Ähm... Und dann... Ein Punkt... Auch wieder schließen. Ähm... Und noch eins. So. Was will ihr hier noch? I don't know. Eine Minute Zeit. Ah... Noch ein Tier. Äh... Nein. Okay. Ähm... 물ized... ... dann habe ich auch nie geschlafen. Okay... ITYB&Oowski imawanne... Ah... modifier図 Photo zuflamen... Noch irgendwas... ET immensely... innere STEPPW dengan Trader... auch sehr gå oben. Mhhh... Und die letzten zwei semanas. Begin learning how to style various elements of a web page. Also basic CSS und HTML. Okay. Was sollen wir jetzt hier machen? Line to center using text center. Und hier eine Textfarbe geben. Oh, schön weiß. Ja, wir sind schon fertig. Okay, es gibt hier ein CSS. Ein dreh das Bild hinzufügen. Und die Größe. Und die Größe hinzufügen. Und die Größe hinzufügen. Also... Nee, nee, lieber nicht. Also 300. Und... Machen wir einfach... 200. Schön steigern. Und was brauchen wir noch? Ah, hier brauchen wir noch. Auch 32. So, das war egal. Ich habe die... Ah, hier haben wir die... Komisch, das hat es nicht angezeigt. Aber ich merke gerade in diesem Level bekommen wir nicht gerade viele Items oder... Aber... Aber ich meine, das ist ja auch ein kleines Level. Was haben wir hier unten verließ. Also... Great numbered list of the world's most wanted Orcs in France. Also... What another H2 Tag for France? What another OL for 3 or more leave? Okay. 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 Ja, Freunde sind... Ah, keine Ahnung. Ich schreibe irgendwas hin. Also... Ja. Klar. 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 Okay. Wartig. Und weiter. Okay. Okay. Classy. Get classy and individual style groups of elements. Okay. Ja, gut. Also. Ähm. Ja, wir möchten einen Charakter hier haben. Gut. Ah. Okay. Ja, wir möchten einen Charakter hier haben. Was müssen wir überhaupt machen? Another character. Get a second card. You need an Exus. Unique hat ein Täter. Okay. So, wir müssen eigentlich... Und... Hier ist dann... Dem hier. Ähm. Irgendjemand. Ähm. Keine Ahnung. Okay. Fertig. Ja, wir haben auch irgendwie noch ein kleines Level danach vor uns. Und zwar das Game entwickeln. Aber jetzt haben wir noch die zwei Level hier. So. Basic HTML und Basic CSS. Spielen. Okay. Ich lege mir jetzt noch hier oben die Dinger durch. Das wird mir langsam. Zu lange. Äh. Ist egal. Mohen. Okay. Okay. Ähm. Add a rule for element 3. So. Element 3. Okay. Background Color müssen wir ändern. Background Color. Machen wir mal so. Oh. So. Blau. Nein. Wir machen... Ähm. Blau. Und... Okay. Das war's. Viel Erfolg. Ja. Man kriegt eigentlich noch ordentlich X. So. Und das Letzte. Das Zeit. Da geht's hier weiter in den Wald. Greater Wanted Poster. Where Father Melan Css. Boah. Da haben wir viele Ziele. Okay. Ha. Ha. Also. Ähm. Choose the... Most Wanted. Okay. Wir müssen erstmal das Bild hier einstellen. Lass mal erstmal hier nochmal angucken. Choose the most wanted. Okay. Wir müssen erstmal das Bild hier einstellen. Lass mal erstmal hier nochmal angucken. Okay. Und... What are they wanted for? Oracles? Ja. Schlechte... Videos auf YouTube. So. Achso. Da kommt... Okay. Okay. Ähm. Wird gesucht aufgrund Folgen der Verbrechen. So. Schlechte Videos auf YouTube. Und seltene Videos. Okay. 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 What is the reward? Ähm. Ne Packung Tee. Mhm. Bissl. Mhm. Bissl. Bissl. Mhm. Haha. Nein. Äh. Ja. Bissl. Geld. Was ist da? Ähm. Who are there? Pah. Ähm. Who are there? Pah. Ähm. Das lass ich mal so. Was müssen wir jetzt? Was haben wir? Also... CoreCrime. Ach. Wir müssen noch... Ach Gott. Da fällt mir noch nix mehr ein. What is that? Und noch was? Ich habe ganz ehrlich keine Lust gehabt, mir alles zu überlegen. Fragt mich nicht, warum ich das I immer groß schreibe. So, was müssen wir noch machen? Also hier, wanted is. Okay. Ich erinnere mich. Okay, die Kollegen brauchen auch noch ein Bild. Ja, wir haben hier einmal... ...Pflege und... Okay, Adaford. Ich muss noch einen dritten Komplizien hinzufügen. Und... Okay. Okay. Wir haben alles erfolgreich, fertig. Da müssen so ordentlich XP rein. Oh, okay. Ja, egal. Weiter. Okay, Web-Development haben wir. Dann war es das für diese Episode und wir sehen uns in der nächsten Episode, wo es dann ums Game-Development geht. Tschüss und bis zum nächsten Video.